Willkommen aus Brüssel. Ich bin jetzt hier vor zwei Tagen im Urlaub. Ich zeige euch jetzt das coolste. Und zwar haben wir hier im Hotel, ist ein Fünf-Sterne-Hotel, aber es ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Schaut mal. Und das coolste ist einfach der Lift. Möglich. Der ist so, so, so cool. Schaut euch das an. Der ist so wie in den alten Filmen. Kennt ihr das? Wie bei Titanic zum Beispiel oder James Bond. So cool. Und jetzt gehen wir shoppen. Merk gesichtet. So cool. So cool. So cool. So cool. So cool. Så cool. Hallo Leute! Entschuldigt, dass ich so komisch filme, aber ich bin jetzt gerade hier am Flughafen in Zürich und ich fliege heute nach Berlin für zwei Tage. So einen Shopping Trip mache ich mit meinem besten Freund und ich werde ein bisschen vloggen und ein bisschen filmen. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Entschuldigt, dass ich schon so lange nichts mehr hochgeladen habe, aber es ist nicht wirklich viel passiert und ich war arbeiten, ich hatte viel zu tun. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich euch wieder mal mitzunehmen und für euch zu filmen. Hallo Leute! Was geht ab? Ich bin jetzt hier in Berlin. Ich bin heute gegen 14 Uhr. Nein, stimmt gar nicht. Ich bin heute gegen 12 Uhr gelandet und dann war ich ca. halb zwei im Hotel. Danach sind wir gleich Mittagessen gegangen und shoppen. Oh, ich könnte euch zeigen, was ich gekauft habe. Ja, genau. Also etwas habe ich schon benutzt. Das ist schon im Bad und zwar Make-up. Make-up Control Kit von Isadora. Dann habe ich mir bei Adidas Neo, seht ihr das? Adidas Neo. Okay. Habe ich mir so eine coole Leggings gekauft. Ja, ihr seht das jetzt nicht so gut, ja. Aber, glaub mir auf jeden Fall, die ist super cool. Und dann habe ich mir noch... Ich habe gar nicht so viel gekauft. Ich habe mir nur noch einen Oberteil gekauft bei so einem Laden. Bei dem war ich noch nie, habe ich noch nie gesehen. Und zwar dieser hier. Ja, ihr kennt das bestimmt, aber ich aus der Schweiz, ne. Ich kenne das halt nicht so. Und da habe ich mir so ein Oberteil gekauft. Das sieht so aus. Und das ist vorne kürzer und hinten länger. Man sieht es jetzt noch nicht so. Ja, auf jeden Fall auch ganz cool. Dann eben noch so ein Contour Kit von Isadora. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Make-up morgen. Aber ich war noch nicht bei MAC und ich war noch nicht bei Urban Decay. Beziehungsweise in keinem Laden, wo es Urban Decay Produkte gibt. Das werde ich morgen auf jeden Fall noch suchen. Ja und sonst, wir gehen jetzt gleich irgendwo was essen. Ich weiß noch nicht genau wo. Und dann gehen wir noch ein bisschen die Bars auschecken. Wobei heute ist ja Dienstag. Ich weiß nicht, ob Dienstag etwas läuft. Aber es ist ja der 29. und bald ist Silvester. Also diese Woche wird wahrscheinlich schon so Party angesagt sein. Hoffe ich mal. Aber lassen wir uns überraschen. Und morgen ist mein zweiter Tag hier. Und der letzte. Also ich flieg dann übermorgen wieder so gegen Mittags nach Hause. Fliegen wir zusammen zurück. Und ja, zwei Shopping Tage oder anderthalb. Aber auf jeden Fall richtig cool. Und viel Spaß. Tschüss. 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 Töne. Bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020